Die Sonnenfinsternis Die Sonnenfinsternis Eine Finsternis kann man nicht sehen Wieso? Weil es finster ist Ich meine halt beobachten Willst du? Was? Sie beobachten Warum nicht? Ja oder nein? Willst du? Ich habe zuerst gefragt Mir ist das gleichgültig? Es ist dir gleichgültig, dass unser Stern vom Mond verdeckt wird Ja? Das passiert nur einmal alle paar Jahrzehnte Es ist mir gleichgültig Gut Was ist gut? Dass es dir gleichgültig ist Wieso? Weil wir sie uns dann nicht ansehen müssen Willst du sie auch nicht sehen? Wenn du sie nicht sehen willst? Mir ist es gleichgültig Fein Fein Dann ist ja alles in Ordnung Ja Ja Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben Das ist wie kein Universität Wenn man nicht von uns Wie ist es ihr? Der ist alles in Ordnung Und das ist kras откrängig? Der ist ein Hörger